So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Partie unseres Respo Waldhof gegen den FC Ingolstadt. Vor 7.533 Zuschauern endete die Partie 0 zu 0. Zu meiner Rechten begrüße ich Gäste Trainer Chef Sabine, zu meiner Linken unser Chef Trainer Bernhard Rales. Wie immer können wir das erste Wort dem Gast Sabine in Ihres Regen zum Spiegel sehen. Ja, ich glaube wir haben ein interessantes, gutes, spannendes Drittligaspiel gesehen, weil für uns das erwartet schwere Spiel, wir haben großen Respekt vor dem Gegner und das hat sich dann heute auch bestätigt. Ich denke, dass über 90 Minuten das Resultat in Ordnung geht. Es hat so Phasen gegeben im Spiel, wo Waldhof vielleicht besser war, erste Halbzeit, zweite Halbzeit hatten wir so eine Phase von 15, 20 Minuten, wo man doch das Gefühl hatte, ja es wird jetzt an unserer Seite kippen. Unterm Strich bin ich mit dem Punkt zufrieden. Man muss manchmal auch so einen Punkt mitnehmen und ich denke, dass es auch leistungsgerecht ist und ja, Bernhard Kautulation zum Auftritt von einer Mannschaft. Ich denke, wir können beide mit dem Punkt nehmen. Dankeschön. Danke Herr Sabine. Bernhard, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, das sehe ich ähnlich. Erste Halbzeit glaube ich haben wir die Nase, vor besonders einer ersten halben Stunde. Gianni Korte hat die hundertprozentige Chance gehabt aus dem Pressball. Zweite Halbzeit war so, dass Ingolstadt eine zwanzig und halbe Stunde die bessere Mannschaft war. Ich glaube, ein Tor heute hätte das Spiel entschieden. Es war permanent im Messerschneide gestanden, total spannend. Ja, waren irgendwelche Abpraller da vom Medi-Jelligen an der Schuss. Zum Schluss nochmal eine Kopfballmöglichkeit. Also spannend für die Zuschauer und ich glaube, ein sehr, sehr interessantes 0-0. Ich glaube, auch die Leute auf der Tribüne sind auf ihre Kosten gekommen. Dankeschön. Danke, Bernhard. Gibt es von Seiten der Pressevertreter Fragen an einen der beiden Trainer? Wenn ja, bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Scheint nicht der Fall zu sein. Den Gästen aus Ingolstadt wünschen wir eine gute Heimreise und bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank.